...neue Bugs. Sonst ist hier eigentlich nicht viel neu in der Version 1.6.4. Ach ja, außerdem gibt's Gras, äh, ihr kennt ja einen Gras-Mod, den ich mal kurz drin hatte, der so extrem verpackt war. Den gibt's jetzt hier in der Standard-Version. Also, das heißt, wenn man eine Neuwelt generieren würde, dann hätte man überall... Was? Hallo? Sag bloß, dass ich das jetzt nicht... machen kann. Ach, läck mich doch, ey. Ich fühl mich verarscht vom Spiel. Höhöhöh. Ich hab zu viel Müll irgendwie. Ich hab jetzt keine Rohstoffe mit hier, das ist irgendwie schade, ich hab nur noch Glas und... Und noch mehr Glas. Wofür baue ich das ganze Glas eigentlich nicht? Ach, wisst ihr was? Ich baue mir jetzt einfach mal so just for fun einen kleinen Kräutergarten. Ach du Scheiße. Tschüss, Tschüss Spinne. Tschüss, bis. Ich sollte mal lieber ein kleines Nickerchen machen, bevor ich mit dem Bau anfange. So. So. Ich brauche es nämlich. Ich brauche Sand, ich brauche Sand, ich brauche Sand, ich brauche Sand. Naja, jetzt sind die alle weg. Und die Spinnen sind auch friedlich. Irgendwie sieht das alles aus wie so eine Schneelandschaft. Das hat aber auch schon was Gutes an sich, dass das alles nicht richtig verpackt aussieht, sondern eher wie eine Schneelandschaft. Ist doch auch schon mal was Schönes. So, ich möchte hier... Da habe ich Dreck, Dreck, Dreck. Eins, zwei, drei. Dann möchte ich da an den... Moment. Ich möchte hier Wasser haben. Dann möchte ich hier bei... Sand, Sand, Sand. Ich möchte dann Wasser haben. Ganz an den Seiten. Was? Jetzt sagt bloß, meine Schaufel ist schon kaputt. Spendergeil. Und meine Playlist, die ist auch schon... Oh, Puh. Die ist auch schon Puh. Hier außen kommt... Ganz außen, da kommt Wasser hin. Und hier... Dreck. Dreck, Dreck. Und hier kommt vielleicht noch Wasser hin. Oder? Hm, nee, das würde da nicht hinkommen. Sagt mal, warum mache ich es nicht einfach so, als ich das unter Wasser bewässere. Unter Wasser bewässer. Finde ich aber eigentlich keine so schlechte Idee. Ich wollte jetzt noch eine unendliche Wasserquelle, dann... Einen Eimer, den ich hoffentlich noch irgendwo in der Kiste habe. Und wenn nicht, dann schmarrotze ich mir irgendwo Eisen, das ich hoffentlich auch noch habe. Und dann... Duh-du-dum... 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 Duh-du-du-dum... Duh-du-du-dum... Ups! Ähm... Ähm... Packen wir gerade auch da Dreck hin, sonst geht's schon. Ähhh... Wasser Eimer habe ich... Nichts... Dann müssen wir nachgucken. Wäh! Wäh! dann können wir immer gleich zwei stück nehmen umso besser so danke danke ach ich brauche mir keine unendliche wasserquelle zu machen das ist jetzt ein bisschen unnötig hier noch da noch dann hier aus noch überall wasser obwohl das ist eigentlich ja quatsch ne ich meine das fühlt sich schon automatisch aus dann ja so also man kann schon man hat schon eine ziemlich hohe reichweite um wasser aufzunehmen das finde ich auch ziemlich cool egal ich habe hier eine unendliche wasserquelle geschaffen ganz zufällig Okay, buah. So. Hey, yay. Das ist ja mega cool, ey. Huhu. Wahrscheinlich hat er auch die Wasserphysik überarbeitet, oder? Kann ja gut sein. Auf jeden Fall ist das ziemlich cool. Und wow, Minecraft ist plötzlich so flüssig. Naja, für einen Moment jetzt habe ich schon wieder diese Mikro-Gruckler, die ihr nicht sehen könnt. Samen, Samen, Samen. Ich brauche wieder Samen. Ja, und ihr seid auch schon fertig, das ist gut. Du bist noch nicht fertig, du aber schon. Und außerdem kann man es jetzt nicht mehr dadurch bekommen, dass man die ganze Zeit Erde klopf, klopf, klopf mit dem mit der Sense doof einhaut, sondern indem man einfach von diesem Gas-Mod, das sind solche Gräser über dem Gras, sozusagen, also ihr wisst schon, ja, wenn man die einfach kaputt haut, dann bekommt man ganz zufällig Samen. Ja, so ist das. Und jetzt erstelle ich mir mal eine Holzspitzhacke, äh, Sense. Ich brauche jetzt auch im Moment nicht mehr. Lalalala, 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 okay, die geht aber schon ziemlich fett kaputt. Ich glaube, ich mache hier, dann mache ich das da hin, äh, ja, das da halt. Und ich brauche mal wieder Zuckerrohr. Ich möchte nämlich Zuckerrohr anpflanzen. Obwohl mir jetzt auch ein bekanntes wo ich mein Zuckerrohr habe. Oh doch, da habe ich sie. Sugarcane. Ja, jetzt heißt es einfach, nur warten. Ah. Hä? Hä? Ach, da muss ich es eben genau daneben platzieren. Ist ja schwul. Oh, cool. Fühlt sich alles automatisch aus. Ähm. Son, 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 son. Okay. Jetzt wollte ich da einen Gehweg basteln und zwar aus... Wood. Aus richtigen Wood. Das sieht ziemlich cool aus. Und das da brennt nicht so schnell. Obwohl ich ja darüber nicht nachdenken sollte bei so einem Wasser... Ding hier. Oh, okay. Dann mache ich hier noch... Bambus, Bambus, Bambus. Ähm. Ah, jetzt sagt bloß, ich brauche dafür jetzt normalen Dreck, ey. Ah, das schickste straft mich. Wofür auch immer. Okay. Okay. Ah, sehr schön. Ja. Ach, wisst ihr was? Wenn ich schon dabei bin, dann... ...könne ich meinetwegen auch hier gleich überall. Hä? Hallo? Lass mich dich ausfüllen. Oder so? Ja, so geht's auch. Das ist automatisch. So, jetzt sieht das wunderschön aus. Gleichmäßig und... Ups. Hm, 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 hm. Ähm. Also, wenn ihr noch Tahoe-Musik kennt, davon gibt's auch sehr viele Remixer. Ich glaub, ich hab mir davon einige downloaden. Denk ich mal, weil... ...davon gibt's so ziemlich... ...ne Menge, ne Riesenmenge. Aber trotzdem ist die Musik von der Qualität her immer gut. Also, deshalb glaub ich auch mal, dass ich davon ein paar nehmen werde. So, hier kann ich mal wieder das alles wegmachen. Das ist doch ziemliche Samenverschwendung. Ja. Ja, aber trotzdem könnte man das... ...ja... ...halt machen, ne? Das war schon wieder eine normale Erde. Äh. Hatte ich hier nicht irgendwo noch einen Samen gesehen? Nö. ...mämlich... ...so. Sugar cane? Sugar cane? ... ... ... Okay, oh, das habe ich so vermisst. So, ups. Hm. Das muss ich nämlich hier machen einmal und... So, hallo. Danke. Und einmal... Hier. Sehr schön. Jetzt kann ich gleich eine kleine Abgrenzung bauen. Naja, ich gehe jetzt mal erstmal schlafen. Und nun ein bisschen Sandsplaten. So, und so, und so. Okay. Ah, dumm, 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 dumm. Ach Gott, also wenn man schon so erstmal rund hochgerechnet so 75 Parts von Minecraft hochgeladen hat, ne, dann ist das auch schon so. Irgendwann gehen einem die Ideen aus und braucht nun wieder neue Ideen und so weiter und so fort. Na ja, ist halt irgendwie wahrscheinlich der Zyklus von jedem Minecraft-Let's-Player. Und wenn einem wirklich die Ideen mal irgendwann ausgehen, dann kann man hier eine neue Map machen. Genauso wie Konk es gemacht hat. Er hat erstmal 200 Parts hochgeladen. Dann hat er gesagt, hey, ich mache mal eine neue Welt. Und dann hat er eine neue Welt gemacht. Und ja. So gleicht sich das alles aus. Und ich habe kein Glas mehr. Oh, fertig. Äh, nein, nicht fertig, aber... Hey, ich habe ein paar Samen. Und, 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 und. So. Wo denn, ho? Das finde ich ja echt extrem scheiße, dass ich... Mir, ich, dir, so wie wir die Samen ausgehen, tun, 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 tun. Ähm... Ich habe gar keine Samen mehr. Ähm... Samen zum Pflanzen. Ihr wisst schon. Zum Pflanzen, Pflanzen. So. 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 Hey, die verwachsen ja auch schon. Das ist gut. Nicht gut. Dass ich aber jetzt gar kein Glas mehr habe, finde ich nicht so gut. Oh yeah. Jetzt leckt's. Nicht mehr. Vier. Vier. Sehr schön. Ich bekomme ja Glas wie am Schnürchen. Schnürchen. Hä, hä, hä. Hä, 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 hä. Witzig. Haha. Ganz lustig. Hahaha. Jetzt klatschen wir alle bitte mal in die Hände. Uh, huh, huh. Äh. Äh, hä, hä. Äh. Gut, ich komme euch wahrscheinlich jetzt ein bisschen unheimlich vor. Ob auch durch nicht zu wundern. Ich habe, äh... Vorhin mir ein paar kleine Bierchen gegönnt. Das ist nur so, zur Info. Ich bin inzwischen schon 16. Da hat man auch schon, da stehen ein viele neue Türen offen. Naja, aber ich bin kein Alkoholiker. Noch nicht. Uh, ho, 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 ho. Ähm. Nein. Nö. Glas, Glas, Glas. Glas, Glas. Okay. Jetzt brauche ich noch diese Schicht hier nach oben und dann kann ich gleich ein Dach machen. Also ich glaube, ab vier Blöcken nimmt man immer Schaden. Das ist... Naja, so. Ach, wisst ihr was? Ich werde die Aufnahme mal kurz cutten. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich genug Holz habe. Nein. Danke schön. Vielen Dank.